Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexel. So, weiter geht's hier in dieser lustigen Festung. In der letzten Folge ging's ja eher ein bisschen schleppend voran, weil ich immer wieder runtergeschubst wurde von diesen Dreckskelettschützen. Ich hoffe doch, dass das ein bisschen schneller vonstatten geht, weil das kotzt übelst an, wenn man immer wieder runterfällt. Geht's schon weiter hier, ne? Blöder Bogenschütze. Wo bist du denn, du Frechdachs? Ich seh ihn nicht, ich hör's nur. Ach, von da drüben. Die müssen aber von weit da oben gekommen sein, weil unten hab ich eigentlich alles aufgeräumt. Na, dann pflügt man halt einmal durch. Alter, das sind aber viele, die hier schon wieder in den Rücken fallen. Die werden doch nicht am Ende taktisch vorgehen. Nein, das sind Zombies, die können das nicht. Bei denen ist wirklich das Motto Masse statt Klasse. So, was gibt's hier? Oh, das sieht mal nach einem Boss aus. Was ist das? Nekromant? What the fuck? Wieso? Boah, wie sieht denn das Sofa aus, ey? Alter, ich seh nix mehr. Junge. Könntest du mal auf jetzt? Danke. Wo ist der Nekromant hin? Alter. Na, hätten wir doch wieder neun Gegner. Wahrscheinlich kommt deswegen dauernd welche nach, weil der Pisser die dauernd beschwört. Na, warte Freundchen. Da ist er. Mal anditschen. So, jetzt hier. Komm, komm, komm. Bloß kein Risiko eingehen und zu lange warten. Tot. Tot ist er. Übelkeit. Achso, deswegen wackelt das so. Das heißt, er muss eigentlich gleich kotzen. Geil. Was ist das? Bogen. Stärke. Nö, will ich nicht. Boah, dieses Gewackel ist echt eklig, ne? Ich hasse das, wenn das Bild so wackelt. Ich meine, jetzt geht's gerade noch, aber wenn das länger gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann kotzen. Dann wäre es im wahrsten Sinne zum Kotzen. Halt. Der da. Ah, haha. Was machst du jetzt, hä? Ist da noch einer? Ach, direkt voraus, jetzt. Siehst du wieder nix? Alter! Junge, hör auf jetzt! Ist dann nicht normal. Ach, da ist noch einer. Und links. Alter, hört doch mal auf. Da ist noch einer. Ich werde wahnsinnig. Muss echt gucken, dass ich da möglichst schnell durchkomme. Na ja, das ist schon der nächste Boss. Machen wir mal kurz Licht. So. Boss tot. Oder Elite-Gegner, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Boss ist ja eigentlich das, was am Ende kommt, in der Regel. Sagt man sich so. Los! Stirb! Guter Junge. Na gut, wenn ich das schon mal angefangen habe, einzusammeln, dann kann ich das auch gerade weiter mitnehmen. Ist erstapelbar. Krass. Wie ich schon wieder fast so viel EP habe wie vorher. Wow! Was war das denn für ein Scheiß? Hör auf damit! Oh, hör auf! Fuck! Weg! Wo ist mein Schwert? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist mein Schwert? Oh Gott. Gott sei Dank sind die so doof und fallen runter. Wo ist das Schwert hin? Oder ist das kaputt? Alter, wieso? Hä? Was haben die mit meinem Schwert gemacht? Ich habe jetzt nicht auf die Haltbarkeit geachtet. Wow! Oh Gott! Weg! Hilfe, Hilfe! Das Schwert ist nicht verreckt. Der Pisser hat das weggeworfen. Das ist die Fähigkeit von dem. Und jetzt ist es wahrscheinlich in der Lava gelandet und verreckt. Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ist doch mal richtig mies. Droppt immer die Waffe. Hä? Wieso habe ich jetzt zwei? Achso, ich habe ja noch einen gefunden irgendwie. Ne? War das das? Oh Junge, wie hässlich ist das bitte? Das sind mal richtige Rotzfähigkeiten. Tja, wenn ich das mal vorher gewusst hätte, ne? Ich meine, man hätte es ja lesen können, aber... Nein. Ah, ist tot. Da liegt mein Schwert. Oder ist das ein anderes? Ne, ist ein anderes. Aber, was? Nemesis, der Gliederfüßer. What? Was genau tut das? Ich habe keine Ahnung. Na gut, jetzt haben wir ein anderes Großschwert. Macht halt immer ganz so viel Schaden. Dafür habe ich aber eine Verzauberung, die... Äh, ja. Von der ich keine Ahnung habe, was sie kann. Geil. Toller Tausch. Äh, halt. Hier muss ich gucken. Alter, was will ich denn an der blöden Werkstation? Amboss? Nö. Nicht so wirklich. So, jetzt wird es mal Zeit, dass ich die Bögen hier zusammenfüge. Um ein bisschen Platz zu sparen. In dem Fall lohnt sich die ganze Geschichte, ja? Ah, shit, jetzt ist die Verzauberung weg von dem, ne? Egal. Dafür habe ich jetzt einen Bogen, der wieder voll funktionssüchtig ist. Yay! Äh, was mache ich hier eigentlich? Jetzt! Gott, ich mache dauernd Rechtsklick auf den blöden Rucksack. Kein Wunder, dass er dauernd aufgeht. Ach, weißt du was? Leck mich. Weg damit. Und hier geht's schon weiter. Und eine Hexe. Oh, Leute. Hier kommt jetzt so gar nichts. Lass mich doch mal kurz sortieren. Was ist das bitte für ein Rotz hier? Übelst viele Gegner. Total übertrieben. Das ist ja schlimmer als im Turm. Im Turm wusstest du wenigstens alles klar. Die kommen irgendwie von oben oder so. Was? Cursed Bone? Was? What? Wofür? Warum? Keine Ahnung, Mann. Echt nicht. Das ist voll geil. Ich nehme hier lauter Items mit. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Cool. Das sind die coolsten Items. Was? Ein Fuchs. Hier oben auch noch. Jetzt gehen wir weg hier. Gott, da komme ich ja her, blöder Fuchs. Was erzählst du für ein Mist? Der verarscht mich hier, der Fuchs. So ein Fuchs. Alter, Ruhe jetzt hier. Sterben. Da muss doch irgendwo noch was sein. Die kommt doch irgendwo her. Die kommt doch nicht irgendwie... Ja, ja. Doch, doch. Da ist noch irgendwas. Aber wie komme ich da hoch? Kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Treppen hin? Oh, könnt ihr mal aufhören, jetzt da runter zu fallen? Ihr nervt. Leute. Macht echt keinen Spaß so. Geht's hier weiter? Doch, da geht's weiter. Tatsache. Ah ja, ich bin ja einmal runtergefallen. Logisch. Naja. Eigentlich schon mehrmals. Aber ich meinte, ich bin einmal, als ich auf der Ebene schon war, runtergefallen. So war das gemeint. So, jetzt musste ich mich kurz kratzen. Deswegen kurz stehen geblieben. So viel Zeit muss sein. Nein, nein, nein. Boah, das wäre jetzt mies gewesen, wenn er mich in der Luft erwischt hätte und ich genau in die Lücke da reingerutscht wäre. Das wäre... Typisch ich einfach. Muss aber nicht jedes Mal... Boah, scheiße. Verzieht euch. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Das ist echt mies, wenn man dann festhängt und die Kontrolle komplett verliert, ne? So ein Dreck. Boah. Jungs, macht mal nicht so viel Scheiß. Muss ja Licht machen. So, jetzt können wir weiterspielen. Danke für ihr Verständnis. Einmal. Zweimal. Und da ist ein Boss. Oh Gott, Schaden. Hilfe. Blöder Zombie. Alles klar, der kommt mal gerade recht. Manche droppen ja dann die Herzen. Und dann läuft das wieder. Oh, Junge, stirb doch einfach. Was ist los mit dir? Geht doch. Boah, ich pflüge halt einfach irgendwo rauf. Wird schon klappen. Ruhe jetzt. Affe. Ja, okay. Ruhe, Skelett. Zufrieden? Mann. So. Wie sieht's aus? Unterkühlt Gegner, um sie zu verlangen. Oh. Das ist mal ein netter Bonus. Ach komm. Gib jetzt Ruhe. Das haben deine Kumpels auch schon versucht. Hat doch nichts geholfen. So, weg mit dem Scheiß. So, nochmal kurz recken und weiter. Mann. Komm ja gar nicht vorwärts. Alter, okay. Das ist mehr als nur ein Stockwerk mehr, glaube ich. Aber wenn jetzt auf halber Höhe schon so ein Nekromant war, der mal eben 120 Leben hat, ne, zum Vergleich, die haben ja jeweils 20. Manche sogar nur 15, glaube ich. Was ist dann erst oben? Will ich das wissen? Ja, will ich. Sonst wäre ich nicht hier. So, warte mal. Bisschen Licht. Und den Spawner kaputt machen. Alter, ich hab gesagt, kaputt machen. Fick dich. Dann war man halt jetzt kaputt. Vor allem, wieso? Hab ich schon wieder nicht mehr volle Rüstung. Ach Gott, die Stiefel sind kaputt gegangen. Auch noch. Wird ja immer besser. So, kurz mal in den Rucksack gucken. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte sie doch weggeschmissen. Aber ich hab sie noch. Weil Eisenstiefel sind besser als gar keine Stiefel. Was? Reinforced Iron Chest. Brauch ich sowas wirklich? Ich denke nicht. Vor allem eine Kiste in der Kiste. Mhm. Nö. Irgendwie nicht so. Was geht hier? Ist da jemand? Guck, guck. Nö. Nope. Oh, ich bin auf dem Dach. Oh Gott. Was ist das denn? Oh, da setze ich da hin. Oh, jetzt greift er mich an. Wieso sind da auf einmal Zweiter? Wieso macht der... Wieso nimmt der keinen Schaden, ey? Der hat übelst gute Rüstung an. Kann das sein? Werden wir gleich sehen, was der anhat. Aber das sieht nach Diamant aus. Boah, wieso hört er jetzt auf zu blocken? Achso, ich muss warten. Ich kann das ja nicht ewig aktiv halten. Verstehe. Jaja, ich hab's. Kapiert. So. Boah, wir sind oben. Geiler Scheiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch noch so relativ schnell geht, um das mal vorsichtig zu sagen. Bitte macht, dass es sich lohnt. Also wisst ihr, das ist schon frustrierend so, ne? Ich mein, ich will doch einfach nur so einen Scheiß-Sattel haben. Das ist doch zum Kotzen. Ja, Scheiß-Redstone. Ich nehm's halt mit, aber brauchen tue ich's nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich in Hexen überhaupt noch anfange, mit irgendwie was mit Redstone zu bauen. Ja, was ist jetzt fertig? Toll. Keine spektakuläre Animation, keine Prinzessin. Kein Bowser, kein, ach, was weiß ich denn, kein gar nix. Ist ja geil. Übrigens, Ruhestein wäre ein tolles Item für das Spiel, ne? Ihr kennt das sicher aus WoW oder vielleicht jetzt auch schon aus Heroes. Mit dem Ruhestein mal eben zur Heimat zurückporten, zur Basis, zum Safe Zone, zum Safe Spot, keine Ahnung. Das wär hier noch cool. Vielleicht gibt's den Ruhestein ja und ich weiß nur nicht, wie's geht. Also, wie man ihn baut. Alter, das sind hier schon wieder Skelette. Ich dachte, ich hätt' alles aufgeräumt. Oder kommen die jetzt schon, weil's dunkel ist? Also. Ich mein, dass hier drin dunkel ist, das, äh, ist mir bewusst. Aber draußen ist vielleicht auch dunkel, keine Ahnung. Da siehst du ja wieder nur das Wasser, ey, blödes Guckloch. Von wo denn? Ach, da oben. Mhm. Na warte, das kann ich auch. So, was sagst du jetzt? Nix mehr, weil du bist tot. Versager. Versager. Und so. So, Freunde. Ne, hier ist nix. Alter. Bloß raus hier jetzt. Keine Lust mehr auf den Dreck. What does the fox say? Ding, tot. Ah, toll. Jetzt solltest du eigentlich durch den Mord nicht sterben, damit das so passt wegen Ding, tot und so, ne? Hat's aber nicht. Da sind Skelette. Skelette. Zwei ganz nette Skelette. Der eine heißt Or... Bö, das eine heißt Horst. Und das andere Annette. Also nochmal, ohne dass das jetzt so vermuchst ist, ne? Zwei nette Skelette. Der eine heißt Horst und das andere Annette. So, jetzt hat's gepasst, ne? Das muss man mal wirken lassen. Total geil, ne? Toll. Toll, toll, toll. Super toll. Hm. Was ist das da unten noch? Ach, Gold. Gold, 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 gold. Ah, 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 ah. Und so. You are a pirate. Gold, gold. Da ist noch mehr. Da auch. Jetzt ist aber Ruhe. Ja, richtig. Nichts mehr. Schade. So, wie sieht's im Keller aus? Da ist ja unter Wasser irgendwie noch was. Egal. Guckt mal uns in der nächsten Folge an. Für heute war's das, Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Und, äh, ja. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.